Hallo liebe Modellautofreunde! Eigentlich würde jetzt wie jedes Jahr die Spielwarenmesse 2021 stattfinden. Und ich wollte auch dieses Jahr wieder ein Video darüber machen. Allerdings wird daraus nichts. Warum? Das könnt ihr euch selbst denken. Die Pandemie ist schuld. Na klar. Die Spielwarenmesse wurde verschoben und zwischen dem 20. und 24. Juli 2021 datiert. Es gab aber offenbar jetzt schon einen Ausblick in Form einer digitalen Produktvorschau. Hier wurden viele Ankündigungen zu kommenden Modellautoneuheiten vorgestellt. In diesem Video zeige ich euch meine Favoriten von den Herstellern, die dort Informationen herausgegeben haben. Wer mich noch nicht kennt, ich bin der Georg und auf meinem Kanal stelle ich euch meine Modellautosammlung und natürlich auch neue Modelle vor. Außerdem gibt es Videos rund um das Thema Modellautos. So wie dieses hier. Um nichts zu verpassen, abonniere meinen Kanal und hau natürlich dir auf die Glocke. So und jetzt zu den neuen Modellautos. Fangen wir mit Autoart an. Die haben gleich eine ganze Liste an Ankündigungen im Maßstab 1 zu 18 herausgebracht. Neben ganz vielen Bugattis und Nissans fällt mir direkt die neue Corvette C8 Stingray auf. Diese soll es wie die anderen auch in verschiedenen Farben geben. Hier ist wahrscheinlich die Farbe Torch Red zu sehen, die ich am spannendsten finde. Außerdem wird es auch eine Rotstar-Version des Lamborghini Venenos geben. Auch hier gibt es das Modell in einem schönen Metallic-Rot. Schauen gut aus, oder? Schreibt mir eure Meinung in die Kommentare. Olmus Triel hat in dieser Produktionsvorschau meines Wissens zwar nichts vorgestellt, aber sie haben auf ihrer Facebook-Seite unter anderen Land Rover-Versionen eine schwarze Brabus-G-Klasse angekündigt. Dieser hat sogar helle Innenausstattung. Sehr gut. CMC hat auch tollen Modellautos im Gepäck. 2021 erscheinen weitere Versionen des großen Mercedes 600 Pullmanns. Die erste Version in schwarz habe ich letztes Jahr bereits vorgestellt. Hoffentlich auch bald in die anderen Farben. Link dazu wie immer in der Info oder in der Beschreibung. Der Pullmann erscheint 2021 als roter Baron mit hellem Interieur. Was ich natürlich wieder sehr klasse finde. Im weiteren Verlauf des Jahres folgen auch noch weitere Landolier-Versionen. Anlässig des 25-jährigen Bestehens von CMC kündigen sie den Mercedes-Benz SSK Trossi aka Der Schwarze Prinz an. Dieses Modellauto war der erste, welches CMC produziert hatte. Damals noch im Maßstab 1 zu 24. Zudem soll es noch einen riesigen Horch geben im Maßstab 1 zu 12. Dieser ist hoch detailliert und sieht echt klasse aus. Nur leider wird ein sehr hoher Preis veranschlagt. Meldet euch bei mir, wenn ihr euch einen gönnt. Norev hat meines Wissens nichts in dieser Produktvorschau vorgestellt. Jedenfalls habe ich nichts dazu gefunden. Allerdings haben Händler kommende Neuheiten in ihren Systemen aufgenommen. Einige Highlights dort sind dieser BMW X5 in schwarz, der Citroën DS 19 mit einem Caravan, der Mercedes-AMG GTR 2019 in Dark Grey, was hier übrigens wie schwarz aussieht und den VW Käfer 1303 Cabriolet von 1973 in Silber. Auch Schubo hat in seinem 2021er Katalog neue Modellautos angekündigt. Aus der Serie Edition 1 zu 43 wird unter anderem diese BMW Isetta mit Wintersportanhänger und der VW T1B Camperbus in dieser schönen Farbkombination erscheinen. Im Maßstab 1 zu 18 wird neben diesen farblich eleganten Mercedes-Benz 280 SL Pagode, dieser blaue Porsche, 356 Speedster und auch noch ein VW T1B Samperbus in weiß-grün erscheinen. Interessant finde ich auch die beiden in 1 zu 12 gefertigten VW Käfer, sowohl mit dem roten Faltdach als auch Herbie. Na, wer kennt diesen Kultkäfer nicht? Wer es futuristisch mag, wird von Schuko nicht im Stich gelassen. Mit dem Mercedes-Benz AMG Vision Gran Turismo kann einem geholfen werden. In Iridium Silber am coolsten wie ich finde. Solidio hat auch einige Modelle vorgestellt. Herausgestochen sind mir das Fiat 500 Taxi aus New York City von 1965 und das amerikanische Muscle Car Ford Mustang Shelby in weiß mit diesem blauen Streifen. Es gibt natürlich noch viele andere Neuheiten aber das ist eben meine persönliche Auswahl. Das ein oder andere Modell werde ich bestimmt hier vorstellen. Schneller als ihr denkt wahrscheinlich. Am liebsten würde ich euch alle zeigen, aber dazu brauche ich mehr Zuschauer oder Geld. Also guckt meine Videos in Dauerschleife oder spendet Geld. Spaß beiseite. Was sagt ihr zu den Modellen? Hab ich was wichtiges vergessen? Schreibt es mir gerne in die Kommentare und gebt dem Video einen Daumen nach oben und teilt es auch gerne mit anderen Modellautofreunden. Wir sehen uns das nächste Mal wieder. Macht's gut. Ciao.